Hallo, auch wenn ihr mich nicht sehen könnt, also mir ist scheißegal, ich hock hier, hab fertig einen Ausblick. Film den Ausblick, sieht man eh nicht nach. Naja, geil. Ein Licht sieht man. Oha, ein Licht, Elektrizität. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Naja, ich hock hier, werd richtig geilen Abend mit David verbringen. Wir haben ein Bier aufgemacht, eine Kippe, mehr brauch ich eigentlich nicht. Und jetzt? Spezial. Hier haben wir Puffy. Das ist was übelst hell. Ja, das war's auch schon wieder von Dada und Puffys Abendstunde.